Angriff von links ist gut. Ne, lass mich drauf, Bryce. Ne, la. Oh Gott. Alter. Ich glaub, das Dach ist eingebrochen. Ja, einfach weiterlaufen. Laufen. Am besten geht mir noch direkt in die Arme. Oh Gott, Granate. Noll. Ich bin zwei Idioten, ey. Ich bin zwei Idioten. So, was braun ich denn jetzt? Ich hoffe nicht, alles weit weg. Da. So, diesmal hab ich ihn erledigt. Und das war auch die Granate. Na gut, ist mir egal, keine. Lol. Das war gerade toll, ey, Alter. Ich hab mich erschrocken. Jetzt hätte ich beinahe unseren guten Kumpel Price erschossen. Ach, da oben. Ja, ihr könnt auch mal genauere Anweisungen geben, als ich hab' die Schiene gesehen. Ey, mach ich das, die Schiene. Das ist eine große Militgruppe, die zu unterwegs. Dann reißen wir sie mal willkommen. Okay. Okay. Juri, ja, der Nahrzeuge auf den Nachdenkern. Okay. Da kommt's auf. Na, was schnell, 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 schnell. Schieß kann man da runter. Ja. Oh. Ach, hat der auch... Oh. Hat der auch so ein Auto als Ziel? Ich hab jetzt einfach nur auf die Leute da geschossen. Äh. Lol, ich dachte, das Auto fällt weiter. Ja, ja. Tschüss, Digga. Das will ich hier nicht einfach wegrennen, weil wir hier voll unter... Alter. Voll in der Unterzahl sind oder so, ne? Ja, ja, ja. Ach, komm, das kann so richtig sein. Aber, okay. Welche Kirche? Wodurch? Dadurch? Ja, mach mal auf. Oh. Okay, wenn das so einfach war, dann hätte ich das auch machen können. Sie hätten sie nur dort hinbringen können. Wenn sie nicht darf, ist sie schon unterwegs nach Europa. Ich hatte recht. Uh, nach Europa. Das klingt extremst geil. Vielleicht kommen wir auch mal... Alter. Nach Deutschland. Au, Mann, ey. Bis sich. So, Price. Okay, es tut ja auch mal was. Ja. Hand weg. Bereits ges... Gesichert. Oh. Neue Gegner eingetroffen. 12 Uhr. Okay, erledigt. LoL. Links, links, links. Links. 11 Uhr. Viel zu viele Gegner. So, links ist da einer. Erledigt. Okay, letzter auf 12 Uhr. So. Auch erledigt. Ah, okay. Jetzt da rechts. Ich muss das Auto... Ich muss das Auto zerstören. Bam, Junge. Juhu. Dein, dein. Dein. Das gibt's doch gar nicht. Komm rauf. Magst du raufkommen? Oh. Müssen wir auch direkt lang? Sag doch mal was. Okay, wir müssen hier rechts lang leisten. Sonst... Nichts anderes vom Durchgang. Dann chillen wir auf dem Dach. Und dann sind sie schon mal tot. wie der... Musiker Bach. Da-da-da. Ich bin ein wahrer Poet. Oder kurz auch Töte. Alter, Soap und Price haben auch mal welche getötet. So, Soap, an die Tür. Es hat geklingelt. Wenn die Twits zubleiben würde, das wäre ja richtig lustig gewesen. Aber nein, Call of Duty ist ja ein... Ernstes Spiel. Oh, komm. Ernstes Spiel mit richtigen Legs, ey. Ja, ja. Schnell zur Kirche. Dahinten ist sie. Dann lauft doch mal vor, Price. Da. Muss ja nicht mal derjenige sein, der Trottel sein, der vorläuft und dann stirbt. Zur Kirche. Ich schmisch jetzt einfach mal hier in dieses Haus. Oh, hier gibt's einen Schüssel zu essen. Nom, 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 nom. Leute, fällt irgendwie mal runter. Ist ja voll unrealistisch. Ah, oh, oh. Alter. Ja, chill doch. So. Ich muss jetzt ein bisschen ein paar ledigen. Ich muss jetzt meine Kills... Leute, das ist so. Wie kommt der denn hier rauf? Ist der denn hier vorbeigerannt? Nee, hat er sich wahrscheinlich teleportiert oder so. Der olle Sack, der benutzt wieder Cheatcodes. Ja. Ich sag doch so. Äh, Price. Chill doch einfach mal ne Runde. Wie ist das? Alter, Sack, den niemand mag. Lol. Wie hat Sob das gemacht? Ich glaub, der teleportiert sich wirklich. Oh, no. Aua. Es tat mir in der Seele, um den Hund gerade zu töten. Um die beiden Hunde zu töten. Da links war noch einer. Elf Uhr. Und erledigt. Jihihi. Äh. Juhu. Vier von sechsen... ...vierzig Teile der feindlichen irgendwas. Vorschuss. Lol. Knife den, knife den, knife den. Schieß den noch. Oh. Nein, nein. Kriegen wir noch. Verdammt, das war ein Wetter in über Sekunden. Über Millisekunden. Wir waren nicht schnell genug. Was ist mit Makarov? Was ist abgehauen sein? Hohnt uns einfach hier aus. Sehr. Was hat Makarov wohl vorgabt? Wir fragen den Bastard, wenn wir ihn finden. Und wann finden wir ihn? Etwa jetzt in der nächsten Mission. Das wäre nämlich extremst cool. Der ist mal ordentlich drunter gegen Makarov, ne? Am besten noch mit einer Makarov. Und dann knallt mir den richtig ein Headshot. Und dann ist er einfach weg. Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schild identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Frigate Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen. Aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nach Erfurt durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Oh je, das kann ich nur unterschreiben. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Äh, Bahnsteigkante. Ja, war schlicht. 6. Oktober 4.11 Uhr. Sind Markus Burns. Äh, bei den Docksteamera-Trucks von Charity Worldwide. Wir halten Sie momentan für Ziele. Auch eine Art wohlfältige Arbeit zu tun. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wissen wir, was Sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Spectre im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Ralschers Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir diese H einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Baitplate, unser Fenster schließt sich hell. Wir sind bereit. Unterstanden. Alle Teams können es nicht. Die Mission kann beginnen. Ich dachte, jetzt schieß ich von oben aus dem Handy heraus. Obwohl, dass irgendetwas searesgaankt werden kann. Westbaden können sichern, keine ca funniest für Bösen abg brasengt werden. Oder shit, was wie sch Rigstone übertragen. IT hat sie nicht mehr so an den Schämen. Aber letztendlich ist auch nicht mehr geklaven. Oder was man sich anxiety-verforschlädigen muss man 혹시 einen Ich-founder lifetime-weg umgeben. rooting K essas geladen Du bist schlecht showcasing als teachings Knicks und Ange-zwung. hehe nachgeben, zu digitale Schämen von Deltung, der Bösen experiment wurde. Ah, das ist das andere Team und das ist das andere Lagerhaus. Interessant. Ich habe vorhin bei der Besprechung aufgepasst. Und jetzt? Ach, da rein. Ja! Klick!